viel spaß guck mal wer macht denn das video ja soll soll ich raten oder die anderen also ich bin heute nur der reitende boote also guten tag ihren kluckert unseren namen und frances und dennis beide sind wir seit jahren große fans und bewundere ihrer arbeit als schauspieler beziehungsweise synchron schauspieler wir hatten das große glück sie vor ein paar wochen in movie park germany treffen zu dürfen das ist doch mal ein feedback hier war und gar nicht so schlecht gelesen was man das wäre ja vielleicht eine möglichkeit ja und welche hand soll ich dann ausstrecken gleich die rechte jetzt jetzt guck mal der ist ja süß wo ist das unsere kiddies gegenseitig machen du versteckst sie da muss sie suchen oder das ist ja ein ding das ist ja nicht die leute kommen ja aber ich will ja was sagen wo findest du mal habt ihr in grömitz so extra so ein laden ach ja das war schön